Hallo ihr Lieben! Heute ist Dienstag der 28.3.2023. Es ist mal wieder so weit. Ich habe mir das beste Wetter ausgesucht. Gewölbt. Kein Regen, aber Wellen wie die Sau. Und der Wind ist kalt, aber egal. Rein heute und dann nur noch einmal im April, dann habe ich es geschafft. So, schauen wir mal! Geile Wellen! Gut kalt! Gut. 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 Wow. 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 So geil. Wenn man länger drin ist, geht es. Es zwickt wie die Sau. Aber es geht. Aber die Wellen, ich liebe Wellen, es ist echt geil. Macht es gut. Passt auf euch auf ihr Lieben. Ciao. Macht es gut.